und weiter geht es bei minecraft moment musik 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 und zwar habe ich jetzt eine neue musik rein und zwar ist es die playlist von grong ich wollte es eigentlich nicht machen aber naja jetzt habe ich da drin was soll's so und ihr merkt wahrscheinlich habe den den sun unbelievable stunning shader mods installiert das heißt es ist überall schatten und die effekte sind besser und das texture pack passt auch ganz gut dazu so und hier sparen schon die ersten spinnen und was ich in dem teil machen möchte möchte ich möchte in dem part hier ja hier ist ein bisschen gemütlich machen beim spinnspawner so dann bauen wir mal hier ein bisschen was zack zack na hier nichts es kommt weg so ist hier auch so ich werde jetzt hier so quasi eine treppe nach unten bauen die ganz gut aussehen soll so und das eisen nehme ich glaube ich mal schnell mit zack 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 na spinnen wollt ihr mehr an den kragen jetzt könnt ihr euch abschminken ok ja baue ich mal hier weiter wir brauchen jetzt so einen abstand also eine gute entfernung zum ähm zu diesen dingen damit uns die spinnen gewischen wenn wir sie versuchen zu töten ja ja ich habe ich schon verstanden ihr mögt es nicht wenn ich da rum baue ich verstehe euch völlig nicht ja hier sind ganz schön viele bereits so ich glaube ich mache noch mit eins um eins bereits ja ich verstehe euch ja ok das hätten jetzt hätten wir jetzt der abschauen ist glaube ich vernünftig sein jetzt möchte ich ihn noch höhenmäßig anpassen mal schauen so ja 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 ich bin beruhigt euch ich weiß dass ihr panisch seid kann es verstehen nicht ja ja beruhigt euch mal sonst werde ich wütend und dann muss ich euch die augen aus euren ja aus euren spinnen körpern raus reichen und sie dann zu alchemie zutaten verarbeiten oder so ähnlich äh ist da oben was ist da oben was lol die kriegen äh der falsche hat sich dann wie beim spieler wundert mich zwar ein bisschen verdammt habe ich gerade eisen abgekesselt ok und closing oh die sind ganz schön panisch die spinnen na gut nehmen wir mal das ganze zeug damit zack 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 oh ich muss was fressen habe ich was zu fressen ja super ja super ja super ok der london rohes hühnchen es ist einfach mal ok so jetzt brauche ich wolle und dafür brauchen wir schafe äh jetzt ist bloß die frage ähm wo sind schafe müssen also welche finden und die spinnen grillen sich selber ist ja auch schön gelegenen job vielleicht aber auch hast du mein job klauen äh clown you took my job bastard come on hier sehen wir eine spinnen horde die hammer läuft hier noch eine fackel hin und äh wie spät ist es ist tag nachts weltuntergang es ist nachts ist er soll das heißt wir können jetzt nicht draus hm das machen wir dann erst einmal das eisen schmelzen fangen wir runter runter jetzt werde ich euch töten schwert und zwar nehmen wir mal einstein wobei ich habe hier eins in meinem inventory eigentlich nicht so sondern so hier sehen wir spinnen die ausrasten so die musik passt jetzt gerade so lustig also kommt ihr spinnen ich mach euch platt Aua ihr macht mich auch platt und erfahrungspunkte komm da runter komm da runter was ist denn das für ein anstand hier Aua schreck mich doch nicht so komm Aua boah das war jetzt ein spinnen hinterhalt vom feinsten Aua Aua du Mistspinne ok wir können ja die upgrade entzündung mal schon markieren damit wir später damit wir später wissen dass wie ich hier beziehen soll die Wolle also hier kommt Wolle hin ne und erst brauchen wir eine neue ich habe mir jetzt gar keine Hand angezeigt fällt mir grad auf ich habe keine Hände NOOOOOIN ich habe meine Hände in zweifelächtig verloren ok es ist Tag aber es ist noch nicht es ist das Zeichen dass es sicher ist weil es kann ja immer noch creepern so ähm überall rum rennen schleichen und sich dann von hinten eures anschleichen und dann macht es zisch bumm und du hast auch mich zu nerven so zack 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 wobei das wollte ich eigentlich wegmachen warum plötzlich jetzt Wolle äh Erde egal ich habe mich nachgedacht egal ähm trennen wir dabei das Eisenerz wenn meine Stimme verändert hat sich grad verändert aber egal und lagern mal das ganze Zeug ich würde es ungern verlieren falls wir da sterben sollten Ja die Schere brauchen wir, wir brauchen die Schafe, stimmt ja, so fällt mir nicht mehr mit und ich wette, wenn wir nach oben kommen, dann macht es zisch, bumm und dann ist fast, oder ist das einfach nur meine Phobie, hallo, so ist hier jemand, irgendein größer Creeper, nein Und ihr merkt derzeit die Auswirkungen des Mods, den ich installiert habe, falls ihr den Mod wollt, der Link ist in der Beschreibung Und jetzt suchen wir mal unser Zuhause Hühnchen Chicken Man Nuggets Okay, ich suche jetzt irgendwo einen Creeper, keine Ahnung, warum Hallo ist hier irgendein größer Creeper, hallo Creeper, hallo Ich glaube zu dieser Zeit schlafen sie alle noch Und falls sie hier empfinde, werde ich ihnen meinen Finger ins Achterloch stecken So, wo geht's denn hier heim, wo ist unser Zuhause, ich hab hier verlaufen Oder wo ist denn Schafe, das ist ja auch das Wichtigste Und wie spät ist es eigentlich, ah die Sonne, die blendet förmlich, das ist extra so gemacht, das ist so ein realistisches Sonnenblendeffekt Effekt-Dingsbums, das die, äh, das die Japaner entwickeln, genau So, hier ist hier, unser, unser Zuhause Ich werde auf den letzten Weg kommen, ist so ein Creeper, oder so ist einfach nur meine Phobie Ja, das war meine Phobie So, ist da ein Creeper, ist im Keller ein Creeper Schnell schauen Nein So, ist hier irgendwo ein Creeper in der Umgebung Nein Gut, dann suchen wir jetzt mal nach Schafen Schafe Äh Ich könnte mal die ganzen Bäume hier fällen Okay, wo ist denn jetzt da ein Schaf? Warte, wir bauen Getreide, sonst können wir keine Schafe mitnehmen Ich bin ja ganz schlau Gut, dann nehme ich mir schnell Getreide mit Eigentlich heißt es Weiz, aber ich sag Getreide, weil Das sieht meiner Meinung aus wie Getreide, dieses, äh, Zeug da, was im Inventort ist Okay So, wir suchen jetzt ein paar Schäfchen Schäfchen Schäfchen? Ne, hier finden wir keinen Schäfchen offen mehr Außer es sind irgendwelche, ähm, Fisch-Schafe So Und diesen Baume kann ich eigentlich mal fällen oder abbrennen Was weiß ich Schäfchen Schäfchen Ich will euch nichts böses, ich will nur eure Wolle Schäfchen Da ist n Schäfchen Oh, das ist n Schäfchen Da ist ein ganzes Rudel von Schäfchen. Muss, Schäfchen, holen! Und das sind sogar Kühe, ach, ein Traum. Das mache ich dann auf Gronkh, auch ein Traum. Komm her, ihr Schäfchen! Oder Kü... Nein, ich will euch nicht, ihr... Ihr fetten, ihr fetten, äh... Olli ist da! Ein schwarzes Schäfchen! Du bist so schwarze Schaf! Nein, ich will deine schwarze Wolle nicht. Ich will nur die Weiße. Ach, da ist noch ein schwarzes Schäfchen. Hä? Ist ein Wolf in der Nähe? Warum machst du keine Wolle? Und du auch? Wo ist denn dein... Dein Pelz? Könnt ihr mal die Klappe halten, ihr Kühe? Ich versuche hier gerade eine Konversation mit diesen Schäfchen zu führen. Ach gut, dann nehme ich euch halt mit. Meine Güte! Neeeee! Muuu! Ah, ist ganz he, ihr Schäfchen! Und... äh... Kühe! Muuu! 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 Es ist ganz muuuu selig, diese Kühe mitzunehmen. Muuu! 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 Die Muuu! in die Bude scheißen, ne? Ihr wisst Bescheid. Erstmal die Tür mitnehmen, weil die kommen nicht zu Türen rein. Keine Ahnung warum. Tiere haben irgendwelche Probleme. So, und das kommt's nur her. Ich werde dich im Keller unterbringen. Komm her. Kuh, komm her. Kuh, komm her. Ja, komm. So, du Küchen. So, und ihr bleibt jetzt hier für alle Ewigkeiten werdet ihr hier im Keller verrotten. Ihr Kellerkühe. So, und wo ist das Schäfchen? Schäfchen. Da bist du ja. Na, warum hast du keine Wolle? Äh, was ist denn da an deinem Bein? Hast du irgendeine, äh... Hä? Okay, ich glaub, das war ein Bug an diesen, ähm... Das war so ein Mod-Bug. Aber jetzt, äh, will ich... Möchte ich ein Gehege für die bauen? Ja, lass mich rein! Ja, du... Oder bleib da drin, genau. Das ist mir auch recht. So, ich komm's nicht mehr raus. Hehe, du bist mein neues Haustier. Ich nenne dich Schäfie. 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 Okay. Oh, hoffentlich werde ich nicht bei diesem Gemuhel wahnsinnig, Mann. Na, ihr mögt euch neues Zuhause, was? Okay. Küchen? Da steht... Na, was steht denn da? Kannst du lesen? Es heißt nicht Mu, sondern... Ach, egal. So, ich brauch erst einmal, ähm... Nein, Mu, brauch ich nicht. Ich brauch Holz. Ne? Okay. Hier ist auch eine Höhle in der Nähe. Das höre ich an dem Höhlengeräusch. Was machst du denn hier? Runter da! Keine Manieren hier. Ja, du bist ja auch ein Tier. Also, da wundert es mich nicht. Ah, ich finde es so geil vom Shader. Was, wie hier die Sonne so... So scheint und dann der Schatten hier so... Ah, ist echt ein... Traum, sag ich einmal. Ne? Die Dream World von Pokémon ist hier in Minecraft, ne? Okay, äh... Wir haben kein Holz. Deswegen muss ich wahrscheinlich wieder Holz fällen gehen. Muuuuh! Okay, dann, äh... Ran ans Werk, aber zuerst muss ich pennen. Du kannst nur noch schlafen. Hoffentlich. Ich kann da eh nicht schlafen bei dem ganzen Gemur hier. Und die Sonne neigt sich. Der Tag endet. Jetzt aber... Ah, das ist ja schön. Sonnenuntergang. Ach, die Schäfchen schaut dir auch den Sonnenuntergang an. Ey, ich meine Schafi. Schafi. Na, Sonnenuntergang Schafi. Ja, die Sonne geht unter. Springt bloß nicht auf mich drauf, sonst ist es, äh... Ne, ihr wisst schon, was das ist. Und ich will jetzt da nichts, äh... Das genauer... Dokumentieren. Da ist noch ne Kuh. Aber ist mir egal. Ihr braucht ein Holz für ein Gehege. Für die Schäfchen. Damit wir sie vermehren lassen können. Und dann kriegen wir, ähm... Ja, ne Menge Holz. Äh, ne Menge Wolle, meine ich. Ne, Wolle, Wolle. Wolle. Oh, ne, Monkey Island. Gott, typisch Kronk-Playlist. Da hat so viel Monkey Island drin, der Kronk. Die alte Potzo. So, ich persönlich bin nicht so der Fan von Adventures. So wie Monkey Island oder sowas. Ich, ich, ich spiel lieber Pokémon. Hehehehe. Und Minecraft. Und, äh, Ego-Shooter. Und sowas. Und Kuh-Schlachten. Kuh-Schlachten XXL. Das ist ein neues Spiel aus der USA. Das ist ein echter Simulator. Ne, wo man, äh, Kuh-Schlachten kann. Und so. Hehehe. Und hier war wahrscheinlich ein Enderman. Hier fehlt ein Block. Holz mitnehmen. Holz, Holz, Holz. Was ist das? Achso, das ist auch Holz. Da kennt man bei dem Shader-Mod gar nicht so richtig. Okay, 32 Stacks. Das müssten reichen. Wir können ja noch, wir können ja noch ein bisschen was Holz sammeln. Jetzt ist die Frage, wo möchte ich meinen Stall bauen? Ich glaube, ich baue den mal hier hinten, oder? Soll ich da hinten bauen? Ne. Ja, ich möchte ja noch mein Haus vergrößern, deswegen kann ich den hier nicht bauen. Muuu, ja. Danke für den Tipp. Ich kann den aber auch hier bauen. Ja, das wäre gar nicht so schlecht. Aber wobei, dann... Es ist meine Aussicht aufs Meer. Wobei, wenn ich dann hier rausschaue, dann sehe ich ein paar Kühe und das Meer. Das wäre doch auch ein schönes Feeling. Okay, ich glaube, das war ich hier am Meer. Was sucht ihr denn jetzt schon wieder? Wahrscheinlich, weil ihr das Getreide gezuckt habt, ne? So, ich muss hier durch. Ich muss hier durch. Dankeschön. So, jetzt brauchen wir mal ein paar Stickies, oder Stöcke, auf Deutsch. Und daraus machen wir uns jetzt Zäune. Boah, ne, ich will dich nicht küssen, du... Ich sag jetzt gar nicht. Was war das denn jetzt? Jetzt gehen die schon auf mich los. Die haben echt keine Manieren, diese... Kühe. Schobst du mich da einfach die Treppe runter? Das sind ja echte Gangster-Kühe hier. Wahrscheinlich sind sie aus Liberty City hierher gekommen. Was, das war... Äh, ach, egal. Boah, ich werde hier wahnsinnig. Leute, ich werde hier wahnsinnig mit den Kühen. Was habe ich mir dabei gedacht? Na komm, nehmen wir mal ein paar Kühe mit ins Häuschen. Die stören uns ja nicht. Und was passiert? Sie stören uns. Okay, äh, bauen wir es mal so. Zack, zack, zack. Und es drehen müssen wir... Nein, dicht ist das da. Scheiße, jetzt haben wir ein Seed verloren. Nein. Der Arme Seed. Sieht aber nicht so gut aus. Hahaha, für den Seed. Ne, das ist... Äh, scheißwitzig, weiß. So, es war kein... Es war nicht gerade der größte Stall der Welt, aber was soll's. Es ist ein Stall, der müsste für das erste reichen. Wir können ihn noch später erweitern über das Meer oder so. Nein, nicht so. Ich möchte... Wer nehme ich eigentlich mit? Welchen Zaun? Den hier, oder? Ja, schon, ne, passt, ja. Gut, dann nehmen wir mal die Kühe. Äh, ne, nicht die Kühe, sondern die Schafe. Mit hier will ich ja nur die Schafe reintun. Aber fürs Erste kann ich ja auch noch die Kühe mit reintun. Aber zuerst muss ich die Tür mitnehmen. Ja, Schäfe, nicht weich. Du bist... Nein. Ah. Das ist die Schuld des Schafes. Die Schuld eines Schafes. Kommt raus, kommt raus. Nein. Ja. Seid so blöde. Komm, entscheidet euch, wer raus will. Komm, ich helfe euch ein bisschen. Hä? Sag mal, seid ihr schwul oder sowas? Oder dumm oder beides? Lasst mich... Ah. Jetzt entscheidet euch, wer raus will. Sonst muss ich euch hauen. Und das wollt ihr ja nicht. Okay, dann... Dann kommen eben nur die klugen Tierchen hier in das Gehege hier. Äh. Ich nehm das klug zurück. Ich nehm das klug zurück. Ach, ist das lustig. Also. Ach, ist er jetzt auch rausgekommen. Ist ja schön. Na, komm her. Ja, und du kommst jetzt auch her. Genau. So, und Edge. Ihr kriegt mein Getreide nicht. Edge, Edge. So, ich zäune euch erstmal ein, damit ihr nicht rauskommt. Und dann spielst... Ja. Mach' mir mal schnell ein Zauntürchen. Äh. Da ist er jetzt rausgekommen. Äh. Äh. Eins, zwei, drei, vier. Und zack, vier. Neues Zauntürchen. Mein... Gehört... Mir. Halt auf, da auszubützen. Ich mein's ernst. Äh. Tier. Re. Ich glaub, ich brauch gleich eine neue Niere. Nein. Ihr bleibt... Ihr bleibt schon drin. Ich hab nicht gesagt, dass ich... ihr ausbüchsen soll. So, ihr bleibt jetzt drin. Ihr bleibt drin. Ihr werdet für immer meine... Gefangenen sein. Hehehehe. So, viel Spaß noch. Oh, schaut sie mich ganz traurig an. Fick dich. Ich fall' nicht auf eure Kuh-Augen... Augen an. Äh, ja. Ich fall' nicht auf eure Kuh-Augen an. Oder rein. Rein ist das richtige Wort. Ich fall' nicht auf eure Kuh-Augen rein. Oh Gott. Deutsche Sprache. Äh, Entscheidung ist schwer. Eins, zwei, eins, zwei. Nein. Ja, egal. Passt eigentlich. So, und noch ein Zaun-Toff. Ist hinter... Hinter... Äh, hinter... Dings da, ne? Wenn ich nach hinten gehen will, ihr wisst schon. Und wo ist meine Axt? Hier ist meine Axt. Okay. Äh, wir wirst'n bauen. Ja, nehm' ich das. Oder? Na, da ist ja schon ein Zaun-Türchen. Okay. Leute, ich muss mal kurz durch, ne? Und versuch' bloß nicht auszubüchsen, sonst bin ich wütend. Nein, ihr... Du bleibst drin. Böses Schäfchen. Du bist ein ganz, ganz böses Schäfchen. Das ist alles nur Schau. In Wirklichkeit sind es, sind es, äh, Killerbestien aus der Hölle. Die wollen mein Fleisch fressen. So wie ich das Fleisch ihrer Tierkameraden gefressen hab. Schaut's euch an. Seht's euch zu. Seht's euch zu. Oh, das Schaf. Schaut zu. Gut, ähm, dann... Was machen wir im nächsten Part? Ich glaube, ich möchte noch ein Schaf reintun, damit wir's, äh, züchten können. Und ja... Mit diesem schönen Bild... Nein, ich will keinen Screenshot. Mit diesem schönen Bild verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Part, Leute. Ciao.